Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League hat Titelverteidiger Real Madrid den FC Chelsea 2 zu 0 geschlagen. Das erste Tor, sein sechstes in fünf Spielen, erzielte Karim Benzema. Das Rückspiel findet in der kommenden Woche in London statt. In Mailand hat sich der AC Milan gegen SSC Neapel 1 zu 0 durchgesetzt. Nach der Niederlage des FC Bayern München bei Manchester City gab es in der Kabine offenbar richtig Zoff. Dabei sollen Sadio Mane und der deutsche Nationalspieler Leroy Sané aneinander geraten sein.